Liebe MOOC-Teilnehmende, vor einigen Wochen haben Sie sich mit uns, dem Partnern des Erasmus-Projektes SysMind, auf die Reise zu einem nachhaltigeren Mindset gemacht. Unsere Ziele waren, sie dabei zu unterstützen, Kompetenzen im Bereich der Selbstreflexion zu erwerben, Wissen und Fähigkeiten in Bezug auf verschiedene Ansätze zu erlangen und geeignete Lehrmethoden und Techniken kennenzulernen, um diese anwenden zu können und dabei kulturelle, religiöse und spirituelle Vielfalt stets konstruktiv zu berücksichtigen. Wir begannen zunächst mit einigem Basiswissen zum Thema nachhaltige Entwicklung, dem Ansatz der ökologischen Ökonomie, unseren eigenen nachhaltigen Handlungsoptionen und einem kurzen Blick auf die Haltungen verschiedener Religionen zur Nachhaltigkeit. In einem zweiten Schritt haben wir die vier Elemente sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus religiöser Sicht näher beleuchtet. Außerdem luden wir sie ein, ihre eigene Einstellung zu den vier Elementen zu reflektieren. In der Mitte unserer Moot-Kreise haben wir uns gewissermaßen zentriert und mit der Bedeutung von Achtsamkeit und Spiritualität unabhängig von Konfessionen auseinandergesetzt. Spiritualität als die Frage, woraus lebst du, hat sicherlich das Potenzial, Menschen zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit ihrer Umwelt zu motivieren. Und wir entdeckten, dass ein wertschätzender Umgang mit Vielfalt eine Voraussetzung für die Entwicklung eines offeneren und nachhaltigeren Mindset ist. Anschließend lernten wir die Theorie des Wertekreises kennen, die uns hilft zu verstehen, warum die Kommunikation mit Menschen mit anderen Wertvorstellungen schwierig und oft erfolglos ist. Und wir lernten das Konzept der grüne Pädagogik kennen, zu dem das Lernen anhand von Interaktionen wie Widersprüchen und Dekonstruktionen gehört. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, unsere persönlichen Einstellungen zu reflektieren. Schließlich stellten wir uns der Herausforderung, Unterrechtsmethoden hinsichtlich ihres Erfolges bei der Entdeckung einer nachhaltigeren Denkweise zu bewerten. Und wir fanden heraus, dass die Antwort nicht einfach ist. Mit einer inspirierenden Sammlung von Best-Practice-Beispielen beenden wir nun unseren Kurs und möchten Sie ermutigen, den für Sie und Ihre Lerngruppen am besten passenden Weg zu einer nachhaltigeren Denkweise zu finden. Nun liegt es an Ihnen, den Weg zu einem nachhaltigeren Mindset für sich und Ihre Lernenden weiter zu beschreiten, da dies eine Grundvoraussetzung für nachhaltigeres Handeln ist. Wir alle sind dazu aufgerufen, unsere gemeinsame Welt zu einem besseren Ort und fit für die Zukunft zu machen. Wir alle sind dazu aufgerufen, die Zukunft zu machen. Wir alle sind dazu aufgerufen, und wir alle sind dazu aufgerufen, Vielen Dank.